Der erste Eindruck ist klar, diese Klinik hier ist für mich noch nie so etwas gesehen. Es sind auch viele Leute da. Und was vor allem wichtig war von Anfang an, war der Empfang und die Speditivität, wie das Ganze abgewickelt wurde. Ganz zielgerichtet analysiert mit Scanner und Fotos, 3D und Radio und alles. Und dann einen sauberen Kostenvoranschlag, nachvollziehbar. Man hat auch gesagt, was man selber immer nicht weiss, was ist alles zu machen. Da hat man verschiedene Vorschläge gekriegt und konnte dann daraus auswählen, je nach Budget oder nach Willen, was man möchte.